Kapitel 31 Unsichtbar stand Harry in einer Ecke des Büros von Minister Rondos, der sich gerade hinter seinem Bürotisch niederließ. Presley, sein Stellvertreter, lief auf der anderen Seite des Tisches auf und ab und wirkte genauso nervös wie im Fahrstuhl, fast sogar noch etwas mehr als vorher. Harry war definitiv skeptisch. Diese beiden Männer waren seltsam und Harry hoffte, dass ihn sein Gefühl nicht auf eine falsche Fährte lockte. Er wollte ja eigentlich zu Dumbledore und nicht eine so hohe Persönlichkeit beschatten. Hoffentlich entdeckte man ihn nicht dabei, denn das würde garantiert nicht gut enden. Wir sollten wirklich handeln, Minister. Beide Seiten werden in naher Zukunft aufeinanderprallen und großen Schaden anrichten. Beschwort Presley und stützte sich abrupt auf dem Tisch ab, nur um den Minister fordernd anzusehen. Reißen Sie sich zusammen, Presley. Es läuft alles wie geplant, erwiderte Minister Rondos und wirkte auf Harry fast schon etwas gelangweilt. Etwas, das Presley auch wahrnahm und die Lippen fest zusammenkniff. Wie geplant. Wenn das so weiterläuft, könnte Schottland, wenn nicht sogar ganz England von der Landkarte ausradiert werden. Sie wissen, was für Kräfte der Dunkle Lord und Dumbledore in sich tragen. Sie sind gefährlich. Wir müssen den Krieg verhindern. Er chauffierte sich Presley und ging erneut hin und her. Nichts dergleichen werden wir machen, meinte Rondos und hatte angefangen, einen Brief mit einer Feder zu schreiben. Harry war neugierig, worum es ging und schlich sich hinter den Minister, um diesen über die Schulter zu sehen. My Lord, das ratsmagische Dorf Trellington wird heute zur Mittagszeit von Dumbledore und den Ahoren angegriffen. TJ Harry runzelte direkt die Stirn, sah aber, wie Rondos ein zweites Pergament griff und einen weiteren Brief aufsetzte. Lieber Elbis, aus sicherer Quelle habe ich erfahren, dass der Dunkle Lord das weißmagische Dorf Trellington zur Mittagszeit angreifen wird. Wir müssen sofort etwas unternehmen und die Leute dort retten. R. Weasley Was tat der Minister da nur? Er schickte so gesehen zwei inhaltlich identische Briefe an beide Parteien. Nur, er schien beide Seiten aufeinander zu hetzen. Was war das für ein schrecklicher Mensch? Harrys Gedanken brach abrupt ab, als der Minister sich plötzlich umdrehte und tief in Harrys Augen sah. Harry hielt direkt den Atem an. War er bemerkt worden? Hatte sich der Mann vielleicht beobachtet gefühlt? Vorsichtig trat Harry einen Schritt zurück, während Rondos noch immer prüfend über seine Schulter ins Leere sah. »Minister«, machte Presley auf sich aufmerksam. Rondos reagierte aber nicht sofort und verengte leicht die Augen. »Minister, wir müssen sie aufhalten«, forderte Presley erneut und ließ die Hände klatschend auf den Schreibtisch niedersausen. Endlich drehte sich Rondos wieder um und kreuselte verärgert die Lippen. »Langsam, aber sicher nerven sie, Mr. Presley. Doch es wird nicht alles umsonst sein. Sie werden der Welt noch einen guten Dienst erweisen.« Damit hob Rondos eine Hand und ehe Presley noch etwas sagen konnte, gab es einen lauten Knack und Presley sah aus leeren Augen zur Tür zurück, während sein Körper noch immer den Schreibtisch zugewandt war. Harry hielt sich erschrocken eine Hand vor den Mund, um sich nicht zu verraten. Der Minister hatte gerade Presley den Kopf verdreht, ihn umgebracht, einfach so. »Komm raus, ich weiß, dass du da bist«, forderte Rondos plötzlich, worauf Harry erneut zurückweg. Er war also wirklich bemerkt worden. Aber er konnte sich jetzt unmöglich zeigen. Der Kerl würde garantiert auch nicht vor ihm Halt machen. Er würde ihn genauso umbringen wie der Manda, der tot auf dem Boden lag. »Ganz egal, wo und wie du dich versteckst. Ich werde dich finden«, meinte Rondos kühl. Und im gleichen Moment spürte Harry ein Ziehen an seiner Magie. Es war, als würde jemand an seiner Tarnung reißen, seine Unsichtbarkeit aufheben wollen. Das durfte er nicht zulassen. Konzentriert versuchte Harry, die Magie stärker auf seinen Unsichtbarkeitszauber wirken zu lassen und sah dabei hilflos durch das Büro. Der Mann war stark und Harry wusste einfach, dass er seine Tarnung nicht mal lange aufrecht halten konnte. Trotzdem, er musste es versuchen. Er konnte es schaffen, denn auch Rondos wirkte sehr angestrengt, während er an seinem Zauber rüttete. »Du bist stark«, keuchte Rondos, verlor aber urplötzlich die Konzentration, als eine Stimme durch das Büro schallte. »Minister, ihr nächster Termin ist da«, sprach eine Frauenstimme. Harry dagegen nutzte die Chance, die sich ihm bot. Er keuchte leise, legte eine Illusion auf die Tür und verschwand durch eben diese, ohne dass Rondos das Öffnen und Schließen mitbekam. Harry aber rannte und rannte. Er musste von diesem Mann weg, so weit weg, wie er konnte. Zu seiner Erleichterung stand der Fahrstuhl offen, in den er, ohne nachzudenken, reinstürzte. »Was war nur aus dieser Welt geworden?« »Wie schön, dass Sie den Weg zu uns zurückgefunden haben, Mr. Snow«, schnarrte plötzlich eine Stimme hinter Harry, was diesen erstarren ließ. Man hat ihn also doch erwischt. Nur, zu wem gehörte der Mann hinter ihm? Wobei, die Stimme kam ihm bekannt vor. »Mr. Weasley?« Entfuß Harry erschrocken, und er wollte sich umdrehen. Der Zauberstab in seinem Nacken hielt ihn davon ab. »Nur eine einzige falsche Bewegung, und Sie werden es bereuen, Todesser«, zischte Ronald Weasley hasserfüllt, was Harry hart schlucken ließ. »Ich bin kein Todesser, Mr. Weasley. Aber Sie kommen mir gerade recht. Ich bin auf der Suche nach Mr. Dumbledore«, sprach Harry betont ruhig, worauf es einen Moment still war. »Dahin sind wir auf dem Weg. Keine Mätzchen, verstanden? Natürlich, ich werde nichts machen«, versprach Harry mit erhobenen Händen. Er war nur froh, dass Sie allein im Fahrstuhl waren, was aber wohl an der Uhrzeit lag. Es war noch sehr früh am Morgen. Ob die Sonne bereits aufgegangen war, konnte er nicht einmal sagen. So wartete er darauf, dass Sie den Fahrstuhl verlassen würden. Harry betrat mit Ronald im Nacken einen, nur mit Fackeln erhellten, dunklen Gang. Er schaudernd setzte Harry einen Schritt vor den anderen. »Mr. Weasley, darf ich Sie etwas fragen?«, wollte Harry leise wissen, worauf sich der Druck im Nacken kurzzeitig verstärkte. Antworten tat der Mann ihm aber nicht. »Dieser Krieg zwischen Dumbledore und Voldemort. Weiß irgendjemand, wie das alles angefangen hat?«, fragte Harry trotzdem weiter, während er langsam durch die Gänge schritt. »Der dunkle Lord mordet und Dumbledore stellt sich ihm entgegen«, war die knappe Antwort. »Aber warum? Warum fing das Morden an? Und stimmt das überhaupt alles?« Harry konnte nicht glauben, dass das schon alles war, als würde diese Antwort all das Leid rechtfertigen. »Wohin soll ich das wissen? Wir leben im Hier und Jetzt und der Krieg fing schon vor etlichen vielen Jahren an«, grollte Ronald, worauf Harry die Stirn runzelte. »Und keiner hat es je beendet? Das werden wir, und wenn der dunkle Lord endlich tot ist, dann wird der lange ersehnte Frieden einkehren«, erwiderte Ronald voller Imbrunst. »Und warum ausgerechnet der dunkle Lord? Ich meine, wenn Voldemort tot wäre, was ist dann mit den ganzen anderen schwarzmagischen Menschen? Alle Schwarzmagier sind Anhänger des dunklen Lords und somit Verbrecher. Woher willst du das wissen? Es gibt sicher auch gute Schwarzmagier. Und was hat die Magieart mit der Einstellung als Menschen zu tun?« Harry verstand diese Vorurteile nicht wirklich. Wieso übernahmen Menschen die Meinung von anderen, ohne es selbst zu überprüfen? »Gute Schwarzmagier?«, lachte Ronald hämisch. Harry presste kurz die Lippen aufeinander, riss sich aber zusammen. »Was hat die Magieart mit der Einstellung des Menschen zu tun? Ich verurteile dich ja auch nicht als Mistkerl, weil du mich ohne Erklärung festgenommen hast. Ich denke, du hast da einen Grund, auch wenn ich ihn nicht verstehe«, verlangte Harry erneut zu wissen, worauf Ronald wieder schwieg. »Mr. Weasley?«, machte Harry sich nach einer Weile bemerkbar, da er keine Antwort bekam. In dem Moment tauchte vor ihn eine Tür auf, die sich wie durch Geisterhand öffnete. Ohne noch ein Wort zu verlieren, wurde Harry mit Druck im Nacken hineingeschoben. An einer langen Tafel saß an der Stirn Dumbledore. Diese hatte bis eben noch auf verschiedene Unterlagen gesehen, blickte ihn jetzt aber entgegen. »Ah, Mr. Snow, wie nett, Sie wiederzusehen!«, grüßte Dumbledore ihnen freundlich, wie Harry ihn kennengelernt hatte. »Es freut mich ebenfalls, Mr. Dumbledore. Allerdings sind die Umstände unseres Wiedersehens alles andere als glücklich«, erwiderte Harry, und der alte Mann schien zu verstehen. »Mr. Weasley!«, Dumbledore musste nicht viel mehr sagen, dann nahm Ronnet seinen Zauberstab schon weg und trat etwas zurück. Harry war erleichtert, als der Druck im Nacken endlich verschwand, sodass er sich mehr auf den alten Mann konzentrieren konnte. »Sie haben sich bei Ihrem letzten Besuch in Hogwarts gar nicht entscheiden können«, sprach Dumbledore ruhig, und Harry ahnte, worauf der Mann ansprach. »Nun, bevor ich darauf antworten werde, hätte ich mich erst noch einmal in Ruhe mit Ihnen unterhalten«, antwortete Harry mit einem charmanten, wenn auch nicht ernst gemeintem Lächeln. »Natürlich, wenn es hilft, die letzten Zweifel aus dem Weg zu räumen. Was möchten Sie wissen?« Dumbledore deutete einladend auf einem Platz zu seiner rechten Seite. Harry kam der Aufforderung nach, auch wenn er zu jeder Sekunde angespannt war. »Wie Sie bereits wissen, habe ich mit dieser Welt nichts zu tun gehabt, bis man mich hier hineinzog. Ich habe einige magisch begabte Menschen kennenlernen dürfen«, fing Harry an zu erzählen und beobachtete den alten Mann ganz genau. »Ja, ich bekam mit, dass sie Kontakt zu dem Werwolf Henry Greybeck hegen und offensichtlich auch zu den Malfoys«, stimmte Dumbledore zu, worauf Harry leicht nickte. »In der Tat. Nun, wie gesagt, habe ich viele magische begabte Menschen kennengelernt. Sowohl die, nun, sie nennen sie Schwarzmagier, als auch die Weißmagische Seite. Dazu zähle ich sie, Mr. Lupin, Mr. Weasley und noch manche andere. Nun möchte ich allerdings wissen, wer hat entschieden, wer die Bösen und die Guten sind. Und gibt es überhaupt die Guten und die Bösen? Mir wurde gesagt, dass Voldemort anfing mit dem Morden und sie sich ihm in den Weg stellen und anfing, ihn zu bekämpfen. Was war der Anlass zu dem Ganzen? Wie fing das alles an?« verlangte Harry ernst zu wissen und beobachtete jede noch so kleine Bewegung seines Gegenübers. »Der Anfang. Das ist einfach zu beantworten. Damals, als Tom Riddle, also der dunkle Lord, die Schule verließ, verging genau eine Woche, bis ich einen anonymen Brief bekam, der mich in ein Weißmagisches Dorf beorderte. Als ich fast da war, explodierte das Dorf. Riddle kam aus den Trümmern und so begann der Krieg, der immer wieder neue Menschen überfiel und umbrachte. Etwas, das ich nicht zulassen konnte,« antwortete Dumbledore, worauf Harry die Stirn runzelte. »Und sie haben die Taten nie hinterfragt oder versucht, das mit dem Mann zu klären? Riddle zu verstehen? Es ist nicht so, dass ich seine Verbrechen rechtfertigen will, und das will ich auch mit ihren Verbrechen nicht. Aber sind sie sich wirklich sicher, dass Riddle das erste Dorf in die Luft gejagt hat? »Wie meinen Sie das, Mr. Snow?« Dumbledores Blick wurde stechend, das merkte Harry sofort, weswegen auch er sich noch mehr verspannte. Wenn das so weiterging, würde er noch Muskelkater bekommen, vorausgesetzt er überlebte das alles. Haben sie nie daran gedacht, dass sie beide, sie und Voldemort, von einer dritten Person aufeinander gehetzt wurden? »Wer soll diese dritte Person sein?«, verlangte Dumbledore ernst zu wissen. »Haben Sie je daran gedacht?«, wollte Harry allerdings erneut wissen, worauf das Kopfschütteln Antwort genug für ihn war. Leise seufzte Harry auf und fuhr sich durch sein etwas längeres Haar, nur um zu überlegen, wie er weiterverfahren sollte. Er hatte bereits so viel von der neuen Welt erfahren, und offensichtlich hatte sich nie jemand die Mühe gemacht, mit dem jeweils anderen zu reden. War der Hass auf den Seiten so groß? Ich bin heute Nacht hierher aufgebrochen, um mit ihnen zu reden. Wahrscheinlich ist mein Wunsch nach Frieden utopisch, aber ich muss es einfach für die Menschen versuchen, die ich liebe und schätze. Anstatt allerdings direkt zu ihnen zu kommen, bin ich beim Minister gelandet. Dieser schrieb zwei Briefe, einen an Sie, Mr. Dumbledore, und einen an Voldemort. Gleich darauf brachte er einen Mann um. Er hieß Mr. Presley. Erzählte Harry bedächtig und sah, wie Dumbledore die Stirn runzelte. Mr. Presley? Er ist der Stellvertreter des Ministers. Mr. Weasley, erkundigen Sie sich nach Mr. Presley, forderte Dumbledore den rothaarigen Mann auf, der direkt den Raum verließ, um den Auftrag auszuführen. Dumbledore dagegen sah nicht einmal von Harry weg. Was stand in dem Brief? forderte er Harry aufzureden. Im Grunde das Gleiche. In dem für Voldemort stand drin, dass Sie, Mr. Dumbledore, mit den Auroren ein schwarzmagisches Dorf, Trellington, angreifen. Unterschrieben hat er mit TJ und in dem Brief für Sie stand drin, dass Voldemort das weißmagische Dorf, Trellington, angreift. Diesen Brief hat er mit Mr. Weasley unterschrieben, antwortete Harry gewissenhaft, worauf sich Dumbledore zurücklehnte und nachdenklich über seinen Bart strich. Das ist ein ziemlich großer Vorwurf an den Minister, den Sie da vorbringen, Mr. Snow, murmelte Dumbledore. Natürlich war es das. Aber Harry wusste, was er gesehen hatte. Es war nicht einfach für ihn, auch wenn er als Chirurg schon viel Blut und zweimal sogar den Tod gegenüber gestanden hatte. Wenn er es dem Mann nur irgendwie verdeutlichen konnte. Aber natürlich. Können Sie sich nicht meine Gedanken ansehen? Fenrid hat es einmal bei mir. Entfuhr es ihm plötzlich, wobei er sich direkt aufrecht hinsetzte. Das könnte ich tatsächlich. Allerdings müssten Sie mir Ihre Gedanken frei zugänglich machen, denn sonst kann es sehr unangenehm für Sie werden. Machen Sie es. Wenn ich Ihnen damit die Richtigkeit meiner Aussage demonstrieren kann, dann werde ich es schon aushalten, stimmte Harry zu und hoffte, dass es nicht zu schlimm war. Gut, dann entspannen Sie sich und wehren Sie sich nicht gegen mich, forderte Dumbledore und im nächsten Moment spürte Harry eine unangenehme fremde Präsenz. Es war schlimm, so viel schlimmer als mit Fenrid und trotzdem riss sich Harry zusammen und versuchte es durchzustehen. Er sah vor dem inneren Auge den Moment beim Minister und war mehr als nur erleichtert, als das Ende ersichtlich wurde. Zumindest dachte er das. Plötzlich aber tauchten Erinnerungen an Fenrir vor seinem geistigen Auge auf. Dann noch Erinnerungen an Alyssa, Tom, Remus und Jack. Nein, nein, gehen Sie da raus, keuchte Harry, ehe er auch noch seine Eltern oder Sirius sehen konnte. Er schmiss Dumbledore mit enormer Kraftanstrengung aus dem Kopf heraus und atmete schwer. Verzeihen Sie, Mr. Snow, aber diesen Moment konnte ich nicht ungenutzt lassen, sprach Dumbledore unbekümmert. Sie Bastard! Kein Wunder, warum Voldemort sie so verabscheut, keuchte Harry und hatte sich an den Kopf gegriffen. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber unvorbereitet lässt sich weniger verbergen. Nichtsdestotrotz haben Sie interessante Kontakte geknüpft, während Sie in die magische Welt reingerutscht sind. Ihre Verbindung zu Mr. Greyback kann ich ebenfalls nicht gut heißen, meinte Dumbledore ernst. Das müssen Sie auch nicht. Diese Beziehung zu Fenrir geht nur mich und ihn etwas an. Also, was ist? Glauben Sie mir jetzt? Fragte Harry ebenso ernst und sah deutlich, wie Dumbledore mit seinem Zauberstab herumspielte, ihn aber plötzlich auf Harry richtete. Untertitelung des ZDF für funk,